Er hat sich dann in seinem ganz eigenen Zweig der Fotografie, in dem er verlassene Häuser, Hotels, Tanzschritten und so weiter fotografiert. Zudem interessiert er sich für alte Kameras. Erst neulich hat er mit seiner Tochter aus Cola, Fanta und Sprite, Flaschenloch Kameras gebaut. Ich bin echt platt, ich mag und platt, dass die Bilder so phenomenal, professionell, super, mega, mega irre sind. Wie ich sehe, erscheint auf manchen euren Gesichtern ein leichtes Lächeln bis zu einem so großen Lächeln, in das sogar eine Pfefferdose fassen würde. Zu diesen Grinsen in Miniaturgröße bis hin zu Lächeln, das größer als der Mount Everest ist, hoffe ich, dass es den ganzen Abend noch schönen, gemütlichen Abend im Moor Lü bleibt. Vielen Dank.